Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und ja, heute, ihr seht es im Titel, es gibt ein UEFA Champions League Pack Opening. Aber zuvor nochmal, ich werde heute in dem Video keine Teams bewerten. Ich habe mir überlegt, dass ich dazu doch nochmal ein Special Video machen werde, weil so viele Leute nochmal in die Liga reingekommen sind. Und ja, mit dem Special Video könnt ihr dann wahrscheinlich nächste Woche ungefähr so rechnen. Ja, das ist eine blöde Angabe, einfach nur nächste Woche zu sagen. Aber ich weiß halt wirklich nicht, wann ich es aufnehmen kann und so, weil ich fahre ja über Pfingsten jetzt auch weg. Und ja, deshalb, ihr lasst euch einfach mal überraschen. Irgendwann wird es nochmal ein Special geben, ich bewerte eure Teams. Nächste Woche, denke ich, schaffe ich das. Okay, dann denke ich, gehen wir hier rein in die UEFA Champions League. Ihr seht es, 9000 Gems, die habe ich bekommen durch ein VIP Pack. Sonst, so normal spiele ich hier eigentlich das UEFA Champions League Event nicht so. Mir macht es einfach keinen Spaß. Ja, die Spieler sind echt nice dabei, aber es macht halt echt keinen Spaß, ständig hier gegen den CPU zu spielen. Also das dauert halt echt ewig. Und deshalb spiele ich da auch meistens nur hier versus Angriff und gucke die Werbung, weil ich habe einfach, ich sage jetzt immer wirklich, ich habe einfach keine Lust dazu. Und ja, da denke ich, öffnen wir hier zuerst das erste Angebot, bevor wir dann Gems raushauen. Hier habe ich noch was aufgespart. Und let's go, vielleicht haben wir hier gleich mal einen Spieler drin. Erstes Pack. Und es ist kein Spieler drin, schade. Drei Champion-Punkte. Okay. Dann denke ich, fangen wir jetzt an auch mit den Spieler-Packs. Hier, davon würden wir jetzt ordentlich ein paar öffnen. Oh, ich bin richtig hyped. Hoffentlich können wir hier was Ordentliches ziehen. Weil Naldum wäre ja am besten, aber ja, den werde ich nicht kriegen. Das weiß ich jetzt schon. Okay, erstes Pack, ich habe es gekauft. Okay. Erstes Champions-League-Pack. Naja, davor hatten wir zwar schon eins, aber jetzt hier aus diesem richtigen Pack-Opening und kein Spieler dabei. Leider kein Spieler und fünf Champion-Punkte. Das ist nice. Okay. Nächstes Pack. Komm schon, mindestens einen Spieler möchte ich ziehen. Wenn's geht. Okay. Komm, Champions-League. EA gibt mir einen Spieler und wieder kein Spieler drin. Drei Champion-Punkte. Ah, Mann. Okay. Nächstes Pack. Was haben wir diesmal drin? Vielleicht ist es diesmal ein Spieler. Komm. Und, und es ist wieder kein Spieler. Wieder kein Spieler und drei Champion-Punkte. Oh, das ist schade. Wenigstens irgendein neunziger. Wenigstens irgendein neunziger. Irgendein Spieler. Okay, hier. Nächstes Pack. Ja! Wir haben ein Spieler drin. Jawohl. Ich bin mal gespannt, wer es ist. Und es ist... 95er-Ober-Mei-Yang. Oh, mein Gott. Was ist denn hier los? Krass auf jeden Fall. Wir ziehen 95er-Ober-Mei-Yang. Krass. Das ist echt krass. Oh, mein Gott. 95er-Ober-Mei-Yang. Krass, wie viel Glück ich hier hab. Alter Schwede. 95er-Ober-Mei-Yang. Der ist bestimmt was wert. Das ist krass. Nice auf jeden Fall. Das ist echt nice hier. Ich kann es gerade gar nicht in Worte fassen. Nice. 95er-Ober-Mei-Yang. Krass auf jeden Fall. Ich komm gerade echt nicht drauf klar. Aber hier nächstes Pack. Und... Und es ist wieder ein Spieler drin. Leute, was ist denn hier los? Es ist wieder ein Spieler drin. Okay, wer ist es? Drei Champion-Punkte und... Und 92er-William. Was ist denn in diesem Pack-Opening los? 92er-William. Krass. Was ziehe ich denn hier für krasse Spieler? Was ist denn hier los? Okay, hier. Nächstes Pack. Das hat sich hier echt gelohnt, diese Packs zu öffnen. Oh mein Gott. Ja, jetzt ist hier keins drin, weil ich hatte ja jetzt schon zwei Spieler wieder. Aber trotzdem fünf Champion-Punkte. Das ist echt nice. Und komm, hier nochmal. Letztes Pack. Vielleicht haben wir ja nochmal einen Spieler, aber wir haben ja halt schon zwei gezogen. Krass auf jeden Fall. Willian und... Aubameyang. Und hier ist jetzt auch kein Spieler mehr drin. Aber wir werden noch was öffnen hier im Champion. Wir werden noch zwei 92er-Packs öffnen. Also da hab ich jetzt... Da bin ich jetzt echt drauf gespannt, was wir da drin noch haben. Hier. Zweimal. 92 plus. Ich bin gespannt. Was haben wir drin? Oh, 92 plus, was man hier alles ziehen kann. Das ist alles schon echt krass. Am nicesten wär ja eine Icon. Aber ich lass mich überraschen. Erstes Pack von den beiden. Okay, komm, EA. Gib mir ein bisschen Glück. Okay. Und erstes Pack. 92er Shakiri. Okay. Ah, ist jetzt nicht so gut, aus einem 92er-Pack ein 92er zu ziehen. Aber wir haben ja noch ein Pack übrig. Ein Pack noch. Ich bin gespannt. Okay. Come on. 25.000 Münzen und... 94er Davison Sanchez. Nices Pack Opening auf jeden Fall. Richtig krasses Pack Opening. Das war echt hier krass, was wir hier gezogen haben. Hier seht ihr jetzt noch die zwei Tore der Woche. Denn eins noch von letzter Woche. Und ja, also hier das erste Tor. Gut, dann habt ihr es jetzt gesehen. Und jetzt das zweite. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen dieser krassen FIFA Mobile Folge. Oh, ich komme gerade echt nicht drauf klar, was ich hier alles gezogen habe. Und ja, dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal und tschüss.